Das Highlight unter den Spur N-Modellen, dazu kommen wir jetzt, und zwar ist es ein Modell, was sich schon von Roco in H0 großer Beliebtheit erfreut hat, und zwar die Beilag Schneeschleuder. Wie kompliziert ist es, so viele Funktionen, so viel Technik in einem so kleinen Modell überhaupt zu entwickeln? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich unser absolutes Fleischmann-Highlight-Modell in Spur N. Und hier haben unsere Konstrukteure wirklich brillante Arbeit geleistet. Jeder der schaltbaren Bewegungsabläufe wird von einem kleinen Motor gesteuert. Daneben mussten auch die Elektronik, weitere Elektronik wie LED-Lautsprecher untergebracht werden, und das in der Größe ist natürlich eine enorme Herausforderung.